Hey Freunde, kommst du, kommst du wie du meine Freunde, Arafat und Flair sind live auf TikTok und diskutieren über Buccino, man. Willi, der Wien, weißt du, wie der sich ekelig da irgendwie rausredet und seinen komischen Gangsterfilmen macht. Ja, aber ich kann euch verstehen, man. Zuerst ist der komische Versicherungsbetrug, wo er sechsmal Versicherungsbetrug macht und Arafat einfach als der Teufel darstellt? So, Shido, reflektierst du gar nicht mehr? Du sagst, Arafat ist der Teufel und kriminell bis zum Geh nicht mehr? Machst du aber sechsmal Versicherungsbetrug mit den Armern von deiner Mutter oder Schwiegermann? Ich weiß nicht genau, versenkt ihr da im Fluss und dann wollt ihr die Versicherung holen? Oder deine komischen Musikwiese, die du da in Berlin drehst, wo dich irgendwelche Jugendliche sehen und so, oh, da rappt Bushido, oh, Polizeischutz, vor der Polizeischutz rappst du irgendwas über Coca-Handel, über Ich bin King Sonny Black? Also ist dir das nicht peinlich, Mann? Mein Gott, das ist, das ist so paradox, Mann, eigentlich, eigentlich, ja, mir fehlen die Worte dazu, wie kann man nur so sein? Und du sagst, Arafat hat es auch noch erwähnt, dass du auch mit anderen Clans auch noch pängst, Mann. Sag, eigentlich müsste die Polizei was dagegen haben, aber juck dir irgendwie nicht. Bleibst irgendwie noch in deiner Fantasiewelt. Und jeder, der, du ziehst Rap in den Schmutz, jeder, der an Gangster-Rap denkt, denkt jetzt, oh, Polizeischutz kriegen ist Gangster, Mann. Sushi, du hast die Szene kaputt gemacht, mit deinem Sony-Rack-2-Album, mit deinen 1000 Boxen, die du verkaufst. Okay, meine Freunde, das warst du mit früheren Buss. Abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.